Der Mai hat Andalusien mit Licht geflutet und gefärbt. Der Mai ist ein freundes Taumel gewesen und hat den Rahmen gegeben, um zahlreiche Jahrmärkte und Feste in der Gemeinde zusammen zu feiern. In diesem Monat haben wir an einer der wichtigsten Wallfahrten weltweit teilgenommen, El Rocío, und den 10. Jahrestag der Hausmarke Andalusien gefeiert. In dieser speziellen Episode von Agile Andalusia Turistica fassen wir das Bedeutendste des Monats zusammen. Wir fangen im Mai mit dem Besuch eines der farbigsten Schauspieler von Andalusien an, das Feste Apatius von Cordoba. Es ist ein bedeutender Tag im Kalender tausender Touristen, die aus erster Hand bestätigten, wie man sich um jede Einzelheit kümmerte, so dass ihr Aufenthalt in dieser Stadt der Kalifen eine einzigartige Erfahrung würde. Nach den Patios konnten wir eine der berühmtesten Wallfahrten der Welt erleben, El Rocío, das jedes Jahr tausende Wallfahrer und Besucher aufnimmt. Als Neuheit wurde die App Plant Romero verbessert. Sie boten Informationen über die Strecken und Pläne der strategischen Enklaven der 117 Botschaften unter anderem. In der zweiten Hälfte des Monats setzten wir die Route der andalusischen Jahrmärkte mit dem Jahrmarkt des Frontleichnames Frontenada fort. Hier konnte der Touristtag selber wie bei Nacht Spaß haben. Es gab öffentliche und auch private Jahrmarktsböden, in denen der Besucher freien Eintritt hatte. Gleichzeitig gab es einen anderen großen Jahrmarkt, der Markt des andalusischen Frühlings, der Jahrmarkt des Manzanierbeins von Sanlúcar de Barrameda. Es ist ein spektakuläres Volksfest, das in einer einzigartigen Lage gefeiert wird, an der Flussmündung des Guadalquivirs mit Blick auf die Landschaft des Naturparks Coto de Doniana im Hintergrund. Auch im Mai wurde der 10. Jahrestag der Hausmarke Andalusien gefeiert. Deswegen zeigte sich die Stadtgemeinde von Tore Molinos in der Provinz Malaga in vollem Glanz, um die Entsteuung dieses Merkmals, mit dem die Gemeinde größere Anerkennung auf dem nationalen und internationalen Tourismusmarkt erlangt hat, zu feiern. Eben deshalb nahmen wir an einer europäischen Tour teil, in dem ein Bus die Hausmarke Andalusien durch verschiedene Städte von Deutschland, England und Frankreich trug. Und dank einiger Aktivitäten wurde ein Teil Andalusiens in diesen Städten bekannt. Wenn es etwas gibt, das der Mai charakterisiert hat, dann ist es das schöne Wetter. Die andalusischen Strände sind damit bereit, die folgende Sommersaison in Angriff zu nehmen. Letzten Endes spielte der Mai die Rolle des Beginns des Sommers und Andalusien zeigte sich von seiner besten Seite, um die tausende Besucher aufzunehmen, die die Gemeinden besucht haben. Untertitelung des ZDF für funk, 2017